In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Apps also sperren könnt auf eurem iPhone und das ist super, wenn ihr zum Beispiel Kinder habt, die ein iPhone haben und nicht wollt, dass sie irgendwelche Gewaltspiele oder sonstige Apps auf ihrem iPhone oder iPad benutzen, dann geht ihr unter Einstellungen, Allgemein, dann auf Einschränkungen und da müsst ihr dann einen beliebigen Code eingeben. Das habe ich schon gemacht und dann geht ihr hier runter auf Apps und da könnt ihr hier einstellen, welches Alter ihr zulassen wollt für die Apps. Das könnt ihr auch für Sendungen, Filme und Musik machen und ihr könnt ja auch zum Beispiel iTunes sperren oder Apps sperren oder das Internet sperren oder YouTube oder ganz viele andere Sachen. Also das ist sehr zu empfehlen, die Einschränkungen. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch weitergefallen.